Hallo, hier ist Tommy Deiningers Sportreport, heute live aus dem Bonner Bundesstadion. Der 1000 Meter Hirnlauf beginnt in wenigen Minuten. Vorher möchte ich für Sie, liebe Hörer, den einen oder anderen prominenten Starter an unser ach so geliebtes Mikrofon holen. Bis gleich! Ah, Willy Brandt! Herr Brandt, laufen Sie heute auch mit? Aber ich bitte Sie, wofür sind wir denn angetreten? Gegen wen treten Sie denn heute an? Ich kenne die nicht. Und Sie, Herr Kohl? Ich kenne niemanden. Herr Brandt, können Sie unseren Hörern die Regeln erklären? Von welchem Sockel aus? Moment, Herr Brandt, bleiben Sie doch hier! Für unsere Zuhörer. Es muss eine bestimmte Hürde genommen werden. Heute also als Erste durchs Ziel? Nummer 1 lasse ich weg. Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! Jawohl, laufen Sie denn! Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! So, meine Damen und Herren, nun habe ich Herrn Strauß neben mir. Wir sind gespannt, unter welchem Pseudonym er heute an dem Rennen teilnehmen wird. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Rumpelstilzchen heiße. Aha! Und in welcher Bestzeit trauen Sie sich die 1000 Meter Hürden zu? Hoffentlich in 5 Sekunden oder endlich viel länger. Wird denn das überhaupt reichen? Aber Herr Brandt! Und wenn Sie es nicht schaffen, Herr Strauß? Ich möchte das Geschrei nicht hören. Wie sehen Sie die Chancen für Willy Brandt, der ja neben Ihnen auf Bahn 2 starten wird? Er wird an den Realitäten scheitern. Welche Realitäten denn? Die Schuhe sind viel zu groß. Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! Jawohl, laufen Sie hin! Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! Ja, liebe Hörer, unmittelbar vor dem Start eine letzte Frage an den trainingsschnellsten Herrn Strauß. Wie viele Stundenkilometer sind denn bei diesem Rennen erlaubt? Schleswig-Holstein liegt 50 fest, Hessen liegt 20 fest. Wir Bayern sind bei 500 geblieben. Oh, dann wird es ja ein schnelles Rennen geben. Die Hölle auf Erden stöhnen und säufzen. Hallo Herr Rau, Johannes Rau, mit welcher Einstellung gehen Sie an den Start? Wer wirklich will, wer wirklich will, und wer wirklich will... Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! Jawohl, laufen Sie hin! Wir wollen auf Platz 1! Nummer 1! Wir wollen auf Platz 1! Ich gebe die Startbahn jetzt frei. Tommy Deiningers Sportreport meldet sich wieder nach dem Rennen. Bis dann! Und im Übrigen habe ich schon den Startschluss gegeben. Wir wollen, wir wollen, wir wollen auf Platz 1! Wir wollen, 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 wir wollen Vielen Dank.